Ich lerne Deutsch. Nummer 5765 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie kann ich dir diesmal helfen? Du weißt, ich bin immer für dich da. Information ist ein wichtiger Faktor. Aber wie schafft man es, neben all seinen Verpflichtungen auf dem Laufenden zu bleiben? Information ist ein wichtiger Faktor. Aber wie schafft man es, neben all seinen Verpflichtungen auf dem Laufenden zu bleiben? Die Ausbildung zum Feuerwehrmann und zur Feuerwehrfrau dauert in der Regel zwei Jahre. Die Ausbildung zum Feuerwehrmann und zur Feuerwehrfrau dauert in der Regel zwei Jahre. In meinem Beruf trage ich große Verantwortung und muss immer konzentriert arbeiten. In meinem Beruf trage ich große Verantwortung und muss immer konzentriert arbeiten. Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Badezimmer zwischen Dusche und Waschbecken. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Badezimmer zwischen Dusche und Waschbecken. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Badezimmer zwischen Dusche und Waschbecken. Gedanken sind der erste Schritt zur Veränderung meiner Situation. Gedanken sind der erste Schritt zur Veränderung meiner Situation. Was gefällt dir besonders an den Feldern im Herbst? Ist es der Geruch oder das Aussehen? Was gefällt dir besonders an den Feldern im Herbst? Ist es der Geruch oder das Aussehen? Was gefällt dir besonders an den Feldern im Herbst? Ist es der Geruch oder das Aussehen? Das Kosmetikgerät dient auch zur Behandlung des Dekolleté-Bereichs. Das Kosmetikgerät dient auch zur Behandlung des Dekolleté-Bereichs. Mein Bauch tut weh. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Mein Bauch tut weh. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Mein Bauch tut weh. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Ich muss etwas Falsches gegessen haben. Ich muss etwas Falsches gegessen haben.